Wie unterscheide ich mich als Immobilienmakler von meiner Konkurrenz? Oder anders gesagt, wie sorge ich dafür, dass ich an meinem Standort die Benchmark bin? Und in diesem Video werde ich dir eine kleine kurze Anleitung geben, wie du genau das herstellst. Und vor allen Dingen, um das wirklich zu können, müssen wir einmal wieder einen Schritt nach außen machen und draufschauen, woran erkenne ich denn überhaupt einen wirklich guten Immobilienmakler? Und da gibt es zwei Punkte, die am Ende einen Verkäufer oder einen Käufer beurteilen können. Erstens ist es natürlich die Person, die Eigenschaften der Person. Also erstmal natürlich, wie sieht sie aus? Ist sie ordentlich gekleidet? Ist sie gepflegt? Das sind schon mal ganz wichtige Dinge. Dann bei der Person ist natürlich auch wichtig, zum Beispiel, wie kannst du deine Persönlichkeit unterstreichen? Angemessene Kleidung spielt dabei eine sehr, sehr entscheidende Rolle. Wir haben jetzt Sommer 2023. Natürlich im Sommer Anzug, Krawatte. Das ist einem manchmal ein bisschen zu warm. Dann kann man auch mal einen Polo oder einen Leinensakko anziehen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und natürlich ist das auch immer Geschmackssache. Mein Stil gefällt nicht jedem. Aber ich will auch nicht jedem gefallen und das ist auch überhaupt gar nicht mein Zweck und gar nicht mein Lifestyle, dass ich jedem gefallen will. Okay? Also da musst du dich von lösen. Du kannst nicht jedem gefallen. Aber Kleidung ist ein wichtiger Parameter. Dann sauberes, ordentliches Auto. Das muss nicht das Outstanding-Mega-Auto sein, aber natürlich ein Geschäftsauto, was sauber ist, was immer aufgeräumt ist, was immer gepflegt ist, ist halt eben auch sehr, sehr wichtig. Dein Büro. Bist du in irgendeiner Kaschemme, in irgendeinem Hinterhof-Ding oder hast du auch hier wieder ein schönes Büro, was natürlich auch wieder deine Qualitäten hervorhebt? Auch ganz, ganz wichtig. Also es gehört einfach dazu. Deine Manieren, deine Art und Weise, ist die besonders? Hast du eine direkte Sprache? Welche Werte verfolgst du? Wofür stehst du als Typ? Das sind ganz entscheidende Merkmale, um dich als Person zu positionieren. Punkt Nummer eins. Und das wird auch immer wieder, immer wieder in der Schleife von uns gepredigt, wie wichtig diese Dinge sind. Das ist auch deine Frisur. Ja, klar, die muss auch nicht jedem gefallen. Ja, aber ist es gepflegt? Darum geht es ja. Also gepflegt legst du Wert auch auf dein Äußeres. So, jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Das zweite Thema ist etwas, was die wahrgenommene Leistung angeht. Wir als Immobilienmakler wissen eine Sache. Das sollten oder wir sollten zumindest wissen. Die Menschen da draußen die Leistung im Verkauf beurteilen, weil das ist das, was tatsächlich sichtbar ist. Das ist das, was gesehen wird, was von Verkäufern und von Käufern natürlich wahrgenommen wird. Und die Beurteilung der Menschen da draußen, wie ein Makler ist, ob gut oder schlecht, findet halt im Verkauf statt. Der Verkauf ist das entscheidende Merkmal, woran man erkennt, ob ein Makler wirklich gut ist. Also die Arbeitsweise. Die Arbeitsweise muss einfach sehr strukturiert sein, also aufgeräumt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du also zu Hause Unordnung hast oder ein unordentlicher Mensch wärst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das in deinem Geschäft dann nicht anders aussieht. Also heißt, so wie du zu Hause dich verhältst als Privatperson, so verhältst du dich auch im Business und umgekehrt. Also ist deine Arbeitsweise wichtig, dass sie strukturiert ist. Dass ich vor allen Dingen, dass sie vorhersehbar ist. Dass ich also weiß, wenn ich zu dir komme, dann kriege ich ein gutes Produkt, also eine gute Dienstleistung geliefert. Sehr, sehr wichtig. Deine Unterlagen. Dass deine Unterlagen einfach kein Standard Einheitsbrei sind. Und das hilft dir auch nicht, wenn du als Immobilienmakler wieder vergleichbar bist in der Arbeitsweise wie alle anderen. Also zum Beispiel die gleichen Exposé-Vorlagen wie alle anderen. Die gleichen Texte benutzt und so weiter. Also hier macht es natürlich Sinn, dass du dich unterscheidest von den Wettbewerbern. Deine Arbeitsweise muss besonders sein. Ein weiteres extrem gutes Kriterium ist, dass du mehr lieferst, als die Kunden von dir erwarten. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Also sogenanntes Over-Delivery. Du versprichst es aber nicht. Das ist wichtig. Ja, das Motto, ich mache immer mehr als alle anderen. Ja, 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 reden kann ja jeder viel. Nein, darum geht es nicht. Sondern du machst keine Zusagen, die du nicht halten kannst. Du gibst dir aber Mühe, eben mehr zu liefern, als erwartet wird. Das ist der Trick. Ja, also nicht mehr versprechen und dann das halten, weil damit verwöhnst du Kunden auch. Du sollst Kunden verwöhnen, aber es muss überraschend sein. Ja, das ist das Wichtige. Es muss überraschend sein. Also, dass sie nicht schon die Erwartung haben, dass du mehr lieferst, sondern dass du das Versprochene einhältst und eine Schippe oben drauf legst. Das ist sehr entscheidend. Und das alleine, was ich jetzt gesagt habe, sind schon so viele Dinge, die du an anderen besser machen kannst. Und ich verrate dir einen kleinen Trick, wie ich es damals gemacht habe. Und zwar, wenn du an deinem Standort so ehrlich zu dir selber bist oder andersrum gesagt das gut vertragen kannst, dass du dir tatsächlich mal deine Konkurrenz, deinen Wettbewerb anschaust. Auch die, die vielleicht weiter sind als du und mal genau hinschaust, was machen die eigentlich gut und was machen die vielleicht weniger gut. Dass du einfach die Standards kennst. Also, dann hast du vielleicht auch einen, wo du sagst, ey, das ist meine Benchmark. Da will ich hin, so will ich sein, so will ich auftreten. Also, die Benchmark zu haben. Sagst du, das ist mein Orientierungspunkt. Du musst dich nicht auf Dauer vergleichen mit anderen, weil irgendwie, irgendwo kannst du immer mal einen geben, der höher oder der weiter oder der besser ist als du. Whatever, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, eine Benchmark zu haben, einen Orientierungspunkt zu haben. Wer macht wirklich was gut und was macht er konkret gut und wie kann ich das besser machen? Du sollst nicht kopieren eins zu eins, sondern du sollst das, was der andere macht, besser machen. Und das ist im Prinzip schon das ganze Thema, um was es geht. Und dann gebe ich dir noch ein paar Zutaten. Zutat Nummer eins sind deine Fähigkeiten. Sorge dafür, dass deine Fähigkeiten permanent sich verbessern. Weil eine Sache kann ich dir versprechen und das ist nicht nur eine Beobachtung, sondern das ist Realität. Nämlich, dass Leute, die gut sind, auch sehr, sehr schnell sich auf ihrem hohen Ross ausruhen und glauben, sie sind einfach die Allercoolsten und dann nicht mehr an sich selber arbeiten und sich selber nicht mehr verbessern. Das solltest du auf keinen Fall tun. Also immer reflektieren, weil auch dein Unternehmen muss sich immer wieder transformieren und auf jeder Ebene auch weiterentwickeln. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst macht es einfach keinen Sinn. Okay, also heißt Benchmarking. Schau dir genau an, was geht und was kannst du besser machen. Also das ist bezugnehmend vor allem auch auf deine Fähigkeiten. Welche Fähigkeiten, verkäuferische Fähigkeiten im Einkauf, in der Akquise, deine Prospekte, deine Layouts, deine Designs, die Grafiken, Unterlagen, Prospekte, Vorlagen, Checklisten, bla bla bla. All das gehört dazu. Und das alles ist zurückzuführen auf deine Fähigkeiten. Ein weiterer wichtiger Punkt, wo die Fähigkeit die Basis ist, ist deine Kompetenz. Also deine Kompetenz, wie du etwas, also was und wie du es vor allen Dingen machst und dein wirkliches Wissen, was dahinter steht. Dass du das beherrschst, was du sagst, dass du das verstehst, was du sagst, weil das alles am Ende des Tages macht Kompetenz aus. Und die gute Botschaft ist, da die Immobilienmakler schafft, nur so wimmelt von Dilettantismus und Inkompetenz, hast du, wenn du diese Tipps, die ich dir gerade hier gesagt habe, befolgst, schon sehr, sehr gute Chancen mit viel Kompetenz und hohen Fähigkeiten sehr, sehr schnell an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Okay, das musst du machen, dann wirst du ein weiteres und neues Level definitiv erreichen. Wie kannst du das tun? Indem du einfach hier in der Infobox ein kostenfreies Erstgespräch führst, mit uns vereinbarst und dann mit uns führst. Und wir zeigen dir, wie du permanent deine Fähigkeiten und deine Kompetenz erhöhst, um an deinem Standort wirklich der oder die Maklerin zu sein, die outstanding ist und besser als alle anderen. Ich freue mich auf dich und lass auf jeden Fall noch ein Abo da und ein Like. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Bis dann. Ciao.